Starlink geht in den Tiefflug, Absenkung der Orbit-Höhe soll Weltraumschrott reduzieren, Artemis 2 steuert auf Rollout und finale Tests zu, Space Shuttle Discovery zieht doch nicht nach Texas um, Starbase im Kältetest, neues Pad 2 sieht Frost, Starship V3 zeigt neuen Hitzeschild, Russland rüstet auf, erstes Soyuz 5 in Baikonur und die ESA meldet Datenleck. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space Update auf Deutsch. SpaceX wird dieses Jahr die Produktion von Starlink-Kids an seinem Produktionsstandort in Bestrap, Texas verdoppeln. So soll der steigende Bedarf oder die steigende Nachfrage nach dem Starlink-Service begegnet werden. Aktuell hat das Satelliten-Internet knapp 10 Millionen Kunden weltweit. SpaceX denkt auf die Orbit-Höhe des Starlink-Systems. Das Starlink-Netzwerk, das soll künftig deutlich tiefer fliegen, von bisher 550 Kilometer soll es auf nur noch 480 Kilometer Höhe wandern. Laut Starlink-Technik-Chef Michael Nichols ist die Maßnahme mit Behörden und Militär abgestimmt und soll gleich mehrfach für mehr Sicherheit sorgen. Die dichtere Atmosphäre in dieser geringeren Höhe führt dazu, dass ausgediente Satelliten schneller verglühen, ein Beitrag gegen Weltraumschrott und das gefürchtete Kessler-Syndrom. Zudem gäbe es in diesen Bahnen deutlich weniger andere Objekte. Der Schritt, der erfolgt kurz nach dem Ausfall eines Starlink-Satelliten im Dezember. Laut SpaceX gibt es da aber keinen Zusammenhaben. Bevor wir weiter mit der Raumfahrt machen, euch allen natürlich ein frohes neues Jahr. Ein riesengroßes Dankeschön geht an alle Unterstützer dieses Kanals. Euer Beitrag, der macht diesen Kanal überhaupt erst möglich. Ja, die YouTube-Werbeeinnahmen, die würden alleine nämlich nicht ausreichen, um den Kanal zu betreiben. So gibt es aber einen kleinen, aber feinen YouTube-Kanal auf Deutsch, der sich ausschließlich mit Neuigkeiten aus der Raumfahrt befasst. Ihr gebt mir die Freiheit, themengründlich zu recherchieren. Ihr sorgt dafür, dass die Menschen über Raumfahrt informiert werden und dass Raumfahrt noch mehr Menschen begeistern kann. Danke, dass ihr Teil dieser Mission seid und diesen Kanal mittragt. Ich danke euch im Namen des gesamten Teams von Senkrechtstarter, aber auch im Namen aller Zuschauer, die euch ja diesen Kanal verdanken. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschsprachigen Raum für Raumfahrt zu begeistern, genau, teile meine Videos, sprich mit Menschen über Raumfahrt und darüber, was dich daran begeistert. Und wenn du die Arbeit von Senkrechtstarter direkt unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich über eine direkte Unterstützung über eine Kanalmitgliedschaft. Durch deine regelmäßige monetäre Unterstützung bleibt der Kanalbetrieb auch in Zukunft gesichert. Den Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft, den findest du unter dem Video. Als kleines Dankeschön bekommen ja alle Schutzengel, die Senkrechtstarter-Videos farb- und werbefrei. Vielen, vielen Dank. Der Mond ruft im Vehicle Assembly Building im Kennedy Space Center. Da wurden einige der ausfahrbaren Plattformen von SLS und Orion entfernt. Wir warten schon den Rollout der gesamten Rakete für finale Tests auf der Startrampe. Artemis 2 bewegt sie stetig zum Start der ersten Menschen, die seit 1972 zum Mond fliegen. Der frühestmögliche Startzeitpunkt aktuell 5. Februar. So kurz vor dem Start wird Zeit, dass wir uns die Bodensegmente mit ihren Crews mal genauer anschauen. Das sind ja die letzten Menschen, die die Artemis 2-Astronauten vor dem Start sehen. Die sogenannte Close-Out-Crew. Fünf hochspezialisierte Technikerinnen und Techniker, darunter NASA-Astronaut Andrew Douglas, die bereiten die vierköpfige Crew auf ihren Start zum Mond vor. Ihre Aufgabe, Helme und Handschuhe anlegen, die Astronauten im Inneren der Orion-Kapsel sichern, alle Anschlüsse verbinden und schließlich die Luke schließen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Jeder Sitz erfordert fünf Gurte. Dazu kommen Verbindungen zu Lebenserhaltung und Kommunikation. Auch das Schließen der Luke ist eine Prozedur für sich. Kein Haar darf da zum Beispiel in der Dichtfläche liegen. Von Beginn der Vorbereitung der Crew bis zur finalen Abdichtung der Luke darf vergehen rund vier Stunden. Ja, Artemis 2 erstmal nur um den Mond herum. Artemis 3 dann voraussichtlich eine Landung. Aktuell noch ohne angemessene Kleidung. Denn der Anzug ist ja noch nicht fertig. Meiner Meinung nach neben dem Lander das kritischste Element, das für die Mondlandung noch fehlt. Jetzt gab es aber neue Detailaufnahmen des erwarteten Anzugs. Der AX-EMU von Axiom Space ist der erste Raumanzug einer privaten Firma, der für den Einsatz auf dem Mond entwickelt wurde. Basierend auf dem NASA-X-EMU-Design bietet der neue Anzug mehr Beweglichkeit, verbesserte Sicherheit und vor allem mehr Passformen für unterschiedliche Körpergrößen. Die weichen und harten Gelenke des Anzugs erlauben eine größere Bewegungsfreiheit, ideal für präzise wissenschaftliche Arbeiten auf der Mondoberfläche. Zudem ist der AX-EMU auf Langlebigkeit ausgelegt. Er lässt sich im Orbit warten und soll auch für zukünftige kommerzielle Missionen einsatzbar sein. Mit redundanter Technik und Schutz vor Mondstaub adressiert er die zentralen Risiken bei Außenbord-Einsätzen auf dem Mond. Wenn wir beim Thema Mond sind, finde ich ja ganz spannend. Eine Forschungsgruppe aus Dresden, die untersucht, ob Algen mit Mond und Marschstaub wachsen können. Man will herausfinden, ob Mikroorganismen künftig direkt auf fremden Himmelskörpern Sauerstoff und Nahrung produzieren könnten. Die Tests mit simulierten Mondgesteinen, die zeigen, unter bestimmten Bedingungen ist das Wachstum tatsächlich möglich. Besonders Cyanobakterien, also sogenannte Blaualgen, die kommen mit dem künstlichen Regulid erstaunlich gut klar. Sie könnten künftig vielleicht in Lebenserhaltungssystemen zum Einsatz kommen, etwa als Sauerstoffproduzenten oder essbare Biomasse in autarken Raumstationen. Das Team betont, noch stehen die Versuche am Anfang, aber der Nachweis, dass Leben auf dem Mond- oder Marsboden vermutlich gedeihen kann, wären Meilensteine auf dem Weg zur langfristigen Präsenz des Menschen auf dem Mond oder Mars. Ja, der erste Mensch auf dem Mars, vermutlich der größte technologische Errungenschaft seit der Erfindung des Rades. Apropos geschichtsträchtig, doch kein Umzug von Space Shuttle Discovery. Der neue NASA-Chef Jared Isaacman, der hat bestätigt, das meistgeflogene und letztgeflogene Space Shuttle, das kommt wohl nicht nach Houston. Trotz intensiver Lobbyarbeit texanischer Politiker, bleibt Discovery voraussichtlich im Smithsonian National Air and Space Museum. Der Grund? Ja, der Abbau, Transport, Wiederaufbau des Orbiters wäre logistisch extrem aufwendig und würde das vorgesehene Budget von 85 Millionen Dollar bei weitem übersteigen. Stattdessen bringt Isaacman eine Alternative ins Spiel. Texas könnte eine ausgemusterte Orion-Kapsel aus dem Artemis-Programm erhalten. Von Fakt, mit 39 Flügen ist die Discovery das am häufigsten eingesetzte Weltraumfahrzeug aller Zeiten. Was glaubst du, welches Fahrzeug wird das wann toppen? Schreib's gerne in die Kommentare. Apropos Rekorde, nach fast fünf Jahren auf dem Mars hat Perseverance inzwischen rund 40 Kilometer zurückgelegt. Jetzt geht's in die Zielregion mit dem klangvollen Namen Lucky Charme. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Dort soll der Rover im kommenden Jahr gezielt nach neuen Gesteinsproben suchen. Parallel dazu testet das Team auf der Erde weiter die Haltbarkeit der Hardware. Das JPL hat bestätigt, dass die Radakturatoren für mindestens weitere 60 Kilometer ausgelegt sind. Auch andere Subsysteme gelten inzwischen als einsatzfähig bis mindestens 2031. Technologisch zahlt sich das aus. Über 90 Prozent der Strecke fährt Perseverance ja autonom. Möglich macht das die weiterentwickelte Navigationssoftware Ennav. Die Hindernisse bis zu 15 Meter im Voraus erkennt und dann eigenständig sichere Routinen plant. Das spart Zeit, Energie und beschleunigt die Wissenschaft. Apropos Klima, in Hamburg hat es ja gestern geschneit. Ja, und auch in der Starbase, da war es frostig. Zumindest an den Leitungen vom neuen Pad 2. SpaceX Teams haben da in der letzten Woche mehrere Stunden, 10 bis 15 Stunden glaube ich waren das, an der Tankfarm und den zugehörigen Ground Support Equipment Tests durchgeführt. Ja, undrückliches Zeichen, dass die Starterlage im neuen Design auf ihre erste Inbetriebnahme zusteuert. Ja, auch das erste Starship in Version 3 wird dann in Betrieb gehen. Aufmerksame Beobachter konnten diese Woche einen Blick auf den Hitzeschild von Ship 29 werfen. Die Art der Befließung, die weicht dabei deutlich von der vorherigen Generation 2 ab. Ich würde mutmaßen, dass die Analysen vom thermischen Stress eine feinere Bekachelung an dem Übergang der Tankdome zur Hülle notwendig gemacht haben. Zum alten Eisen gehören mittlerweile die Raptor 2 Triebwerke. Die neue Starship Generation 3, die fliegt ja ausschließlich mit den neuen Raptor 3. Diese Woche konnte man beobachten, wie sechs Raptor 2 Triebwerke im McGregor zum Schrottplatz gebracht wurden. Hätten mich ruhig anrufen können. Der Weihnachtsbaum, der kommt auch eh demnächst weg und da wäre auch noch Platz für so ein leckeres Maschinchen gewesen. Mich fragt mal wieder keiner. Apropos Festtage, da wird es ja immer ein bisschen ruhiger bei den Starts. Trotzdem gab es Raketenstarts. Am 30. Dezember zum Beispiel von Jing Kuan aus eine lange Marsch 4b mit dem Erdbeobachtungs-Soliden Yanhui 7. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Auch am 30. Dezember, auch China, aber von Wencheng eine lange Marsch 7a mit den beiden Satelliten Xi'an 29a und B. Die sind Technologie-Erprobungs-Satelliten. Das neue Jahr beginnt dann vermutlich mit Falcon 9. Während ich das hier aufnehme, ist für den 3. Januar von Wenberg der Start von CSG-3 geplant. Das ist ein Radar-Aufklärungssatellit für das italienische Militär. 2014 wurde mit der Angara das letzte Mal eine neue russische Rakete eingeführt. Diese Schwerlastrakete, die soll um die neue Soyuz 5 ergänzt werden. Die soll dann dieses Jahr zum ersten Mal fliegen. Jetzt gibt es erste Bilder von einer vollständig montierten Soyuz 5. Sie befindet sich derzeit im Baikonur und wird für ihren Erststart vorbereitet. Ganz spannend, in der ersten Stufe wird sie durch das RD-171 angetrieben. Das ist ja das stärkste Flüssigraketentriebwerk der Welt. Die Weiterentwicklung des RD-170 hat mit ihren vier Brennkammern sogar mehr Schub als das gigantische F1 der Saturn V. Wie das RD-171 funktioniert, das könnt ihr euch in einem Video von mir anschauen. Das hat fast schon historischen Wert. Durchaus unterhaltsam, wie es in Gerichtstarter früher aussah. Ein Hacker behauptet, über 200 GB kritische Informationen von der Europäischen Weltraumagentur gestohlen zu haben. Darunter Sourcecodes, Zugangsdaten und vertrauliche Details zu Raumfahrtmissionen. Die ESA bestätigt einen Sicherheitsvorfall, spricht aber von einer begrenzten Anzahl von wissenschaftlichen Servern außerhalb des Hauptnetzwerks. Ja, diese nutzte man für nicht klassifizierte Projekte. Eine forensische Untersuchung, die wurde eingeleitet. Die ESA betont, dass kritische Infrastrukturen nicht kompromittiert wurden. Auch im All soll es sicherer werden. Belgien, Bulgarien, Litauen und Luxemburg sind offiziell der EU-Partnerschaft für Weltraumüberwachung, kurz EU-SST, beigetreten. Die Entscheidung der EU-Kommission, die fiel noch im Dezember und markiert einen wichtigen Schritt für die Stärkung der europäischen Fähigkeiten im Bereich Space Situational Awareness. Ziel des EU-SST-Programms ist das zufälligste Verfolgen von Satelliten und von Weltraumschrott, um Kollisionen zu vermeiden und kritische Infrastrukturen im All zu schützen. Aktuell kommen die besten Daten dazu aus den USA. Mit dem Beitritt dieser vier Länder wächst die EU-SST-Gemeinschaft auf 22 Mitglieder. Die neuen Partner bringen eigene Sensorik und Expertise ein, um das Netzwerk auszubauen. Gerade angesichts der wachsenden Zahl an Objekten im Orbit und der Bedrohung durch unkontrollierte Wiedereintritte oder Kollisionen wird die Überwachung des Weltraums zu einer europäischen Gemeinschaftsaufgabe. Ja, ruhiger wird es da oben definitiv nicht mehr so schnell. Das bringt uns zu den Starts der kommenden Woche. Heute am 4. Januar 2026, also wenn die News erscheinen, dann startet vom Startplatz Space Launch Komplex 40 der Cape Canaveral Space Force Station in Florida wahrscheinlich eine Falcon 9. An Bord befinden sich dann 29 Starlings. 7. Januar gleicher Startplatz, gleiche Rakete, gleiche Nutzlast. Und am 10. Januar gleicher Startplatz, gleiche Rakete, gleiche Nutzlast. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. War ein spannendes Raumfahrtjahr 2025. Ich kann euch versprechen, 2026 wird noch krasser. Wenn ihr persönlich dieses Jahr auch ein bisschen mehr aus dem Quark kommen wollt, ist vielleicht mein neues Video aus der Impulsfabrik was für euch. Findet ihr da. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön zägerig bleiben. Dein Mau. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020